Mahlzeit. Heute werden wir die Rähmchen vorbereiten. Ich schwenke euch dazu einmal runter und dann zeige ich euch, wie die Rähmchen mit den Mittelwänden bestückt werden, wie die gespannt werden, die gedrahteten und wie man bei den Brutraum-Rähmchen, wenn man keine Hoffmannsseiten hat, die Pilzköpfe einschlägt. Ich schwenke euch dazu einmal runter, also bleibt dran. Da bei mir als nächstes die Honigraum-Rähmchen alle mit Mittelwänden ausgestattet werden müssen, zeige ich euch das hier einmal. Die Brutraum-Rähmchen habe ich soweit alle schon fertig. Von daher werde ich hier nur einmal kurz zeigen, wie wir das mit den Pilzköpfen machen. Ich kaufe die Rähmchen immer schon fertig gedrahtet. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die nicht wirklich schon gut gespannt sind. Von daher habe ich dafür einen Drahtspanner. Man könnte auch hier oben den Draht nehmen und den mit einem Nagel oder sowas hier ein bisschen spannen. Also man muss jetzt nicht unbedingt den Drahtspanner nehmen, obwohl der wirklich am allerleichtesten ist, hiermit zu arbeiten. Der wird einfach aufs Draht zusammengedrückt und dann zieht man damit runter. Und schon merkt man, wie der Draht gespannt ist. Man muss auch nicht immer ganz oben anfangen oder ganz unten. Es reicht tatsächlich immer so ein Stückchen in der Mitte, wo man einmal herfährt. Und schon merkt man das, wie bei Gitarrenseiten, wie straff das ist. Nachdem ich die gespannt habe, muss man schauen. Ich habe bei den unterschiedlichen Rähmchen, die unterschiedliche Drähte haben oder unterschiedliche Anzahl von Drähten haben, kommt immer darauf an, wo ich Nägel habe, wo die rausschauen. Hier habe ich den Anfang hier oben und das Ende hier unten, weil ich bloß einmal umgehe. Es gibt aber auch Rähmchen, da fange ich hier an, dann gehen die hier durch, hier lang und hier und enden hier unten. Das heißt, da habe ich einmal hier einen Ansatzpunkt und hier einen Ansatzpunkt. Das gleiche ist bei den Begutraum-Rähmchen auch. Da habe ich einmal hier den Anfang, dann geht der Draht hier durch, hier lang, immer schön in Schlangenlinien und hört hier unten auf. Ich hatte mir ganz am Anfang mal überlegt, ob ich mir eine Vorrichtung baue, um die ganzen Mittelwände zu löten. Da es aber auch noch herstellerabhängig ist. Also es gibt die Honigraum-Rähmchen ja auch bei verschiedenen Online-Shops zu kaufen oder Imkereien. Und je nachdem, wo man die holt, sind die tatsächlich unterschiedlich bespannt und unterschiedlich viele Drähte drin. Also von daher muss man da ein bisschen achten. Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Rähmchen, die beide gleich betätelt sind als DADAMP-US. Bei beiden ist die gleiche Höhe angegeben. Hier habe ich zwei Drähte oder einen Draht, der zweimal verlegt ist. Bei dem anderen habe ich drei. Und der Nachteil ist tatsächlich, dass der so weit oben ist, dass ich mit meinem Drahtspanner da kaum dran komme. Das heißt, da muss ich wirklich schon schauen, irgendwie, dass ich dazwischen komme, um den zu spannen. Des Weiteren ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich die Rähmchen von dem Hersteller B, sage ich jetzt mal, nehme und die Mittelwände von dem Hersteller A, dann müssen die nicht unbedingt passen. Ich habe tatsächlich bei dem Hersteller B, obwohl die Rähmchen gleich groß sind, ist es so, dass der Innenraum etwas kleiner ist. Das heißt, Außenmaße sind alle gleich. Ich weiß jetzt nicht warum oder wieso. Es ist auf jeden Fall so, dass die Mittelwände, die ich hier habe, von Hersteller A nicht in die Rähmchen von Hersteller B passen. Das heißt, ich muss immer oben einen dünnen Streifen abschneiden, um die Mittelwände dort verwenden zu können. Für mich habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt schon alleine nur wegen dem Zusammenbauen, dass ich, wie gesagt, ich weiß ja bei welchen Händlern ich bestelle, dass ich schaue, dass ich, da ich ja die maximale Ausbeute haben möchte an Honig und sowas, brauche ich nicht unbedingt einen doppelt verstärkten Unterträger oder was auch immer. Da ist es schön, wenn man viel Fläche hat, wo man den Honig auch ernten kann. Von daher werde ich jetzt bei dem Hersteller hier bleiben. Da kommen dann die Mittelwände rein. Ich habe geguckt, dass ich Nutsystem habe. Heißt, ich habe hier unten eine Nut und hier oben habe ich eine Nut. Und das heißt, ich könnte sogar, wenn alle Strickreißen ganz auf die Verdrahtung verzichten, könnte die Mittelwand hier rein einen kleinen Anfangstreifen zur Not einmal mit Lötkolben oder so etwas anheften und fertig. Also wie gesagt, wir achten darauf, dass die Nägel oben sind. Dann kommt die Mittelwand da rein, wird oben in die Nut eingelegt. Dann passt die ganz rein. Jetzt wird das Ganze einmal umgedreht, weil wir unten auch in die Nut. Oben die Nut ist, meine Erfahrung nach, ich muss sagen, ich habe es ja doch, oben ist die Nut etwas tiefer als unten. Von daher schiebe ich immer erst oben zuerst rein. Dann schaue ich, dass das unten passt und ziehe die Mittelwand wieder ein Stückchen runter, dass sie unten auch in der Nut ist. Ein theoretisches wird das, glaube ich, so schon halten. Ich glaube, man braucht die gar nicht verlöten oder sowas. Also wie gesagt, das wird jetzt auch schon funktionieren. Ja, jetzt kann man, wenn man möchte, noch ein Gewicht drauflegen. Muss man aber auch nicht. Also meistens ist es so, dass wenn die Mittelwände, die muss man natürlich vorher schon mal ein bisschen in dem Raum haben, wo man die bearbeitet, sollte schon Raum warm sein, weil der Wachs dann halt etwas weicher wird. Anstatt wenn man das irgendwo in der Garage macht im tiefsten Winter. Und wenn wir damit fertig sind, mache ich das jetzt mal so, damit man das vielleicht besser sieht. Da sieht man das so besser. Ja, bestimmt. Ja, ich mache mal ohne. So, hier sind 12 Volt drauf. Also ist jetzt nichts, womit man sich weh tut. Die Drähte werden halt nur heiß. Ob ich jetzt hier vorne auf die Stifte gehe. Man sieht dann auch, wie es funkt. Und halte das kurz dran und man sieht schon direkt, wie schnell der Draht heiß wird. Und das reicht jetzt auch schon. Also es ist einfach so, dass die Mittelwand jetzt fest gepunktet ist. Ich zeige das mal ein bisschen näher. So, ich hoffe, das sieht man. Heißt, die Mittelwand ist tatsächlich der Draht. Ist tatsächlich nur ganz leicht eingearbeitet in das Wachs der Mittelwand. So, und das reicht schon aus. Die Honigräume werden so jetzt schon fertig. Das ist die Arbeit, die man macht bei den Honigraumrähmchen. Die Mini Plus sind die gleichen, bloß dass ich hier drei Drähte habe. Das heißt, hier nehme ich auch meinen Spanner. Man kann vorher einmal schauen. Der ist schon etwas. Der ist noch locker. Dann nehme ich den. Noch einmal ein kleines Stückchen. Und schon sind die alle schön straff. Da gucke ich dann. Hier habe ich einmal da und da einen Punkt. Nehme dann auch eine Mittelwand. Hier habe ich keine Nuten. Da lege ich die einfach nur drauf. Schau, dass die Mittelwand etwas in der Mitte ist. Nimm meine beiden Enden. Einmal kurz dran halten. Und schon geht es durch. Jetzt habe ich gesehen, dass an den Seiten oben und unten der Draht schneller heiß geworden ist. Und das Wachs, also habe ich dann, nachdem ich die Stromversorgung weggenommen habe, in der Mitte etwas gedrückt, weil die Drähte immer noch heiß sind. Und das heißt, es arbeitet sich ja trotzdem ein. Auch das ist jetzt schon fertig. Jetzt werden wir uns das jetzt einmal anschauen. So heißt, die Mittelwand ist auf jeden Fall schön fest. Die Zellen geben jetzt tatsächlich die Größe vor. Hier fangen die Bienen an zu bauen, haben direkt ein bisschen Wachs, womit sie bauen können. Und fertig. So, wenn wir das dann getan haben mit unseren Blutraumrähmchen. Wie gesagt, ich habe alle bei mir schon fertig gelötet. Ist es so, dass ich keine Hoffnung an Seiten habe, dass ich mit Pilzköpfen arbeite. Ich habe mir 7 mm Pilzköpfe geholt. Und ich packe die jeweils immer oben links und unten links hin. Drehe das Rähmchen um. Das Ganze nochmal, damit wenn die alle einander geschoben sind, ich überall den gleichen Abstand habe. Bei meinen ersten, werdet ihr wahrscheinlich noch sehen in den Videos, habe ich unten auch welche. Die, und zwar von den Seiten. Die habe ich dafür da, damit wenn man das Rähmchen in die Beute reinschiebt, damit man nicht die ganzen Bienen, die an der Seite sind, quetscht, runterschiebt oder sonstiges. Das heißt, ich habe mit dem Pilzkopf immer einen gewissen Abstand und ich habe nur eine punktuelle Auflage an der Beutenwand. Damit habe ich aber aufgehört. Jetzt nicht, weil es schlecht ist oder wie auch immer. Sondern, weil ich eine Bandwadentasche habe, wo die Rähmchen dann nicht mehr reinpassen würden. Das heißt, ich suche Lösungen gegen die Ameisensäure. Und ich werde verschiedene Sachen ausprobieren. Deswegen habe ich mir eine so eine Bandwadentasche besorgt und werde das damit mal testen. Und um das überhaupt testen zu können, dürfen hier unten halt keine Pilzköpfe sein oder Abstandshalter oder sonstiges. Die passen ganz genau da rein. Die an den Seiten sind noch egal, weil ja auch zwei Hoffmann-Rähmchen reinpassen würden. Und von daher habe ich mich dann entschieden, dass ich die weglasse und pass dann halt ein bisschen auf, wenn ich die reinschiebe, dass ich die Bienen nicht quetsche und fertig. Bei den Mini-Plus-Rähmchen habe ich ja unten auch keine Pilzköpfe oder sonstiges. Tja, ansonsten ein bisschen Schwund ist immer. Bei den Pilzköpfen gibt es auch mehrere Möglichkeiten, die in das Holz zu bekommen. Ich mache tatsächlich immer mit dem Hammer. Was aber daran liegt, dass ich am Bienenstand das schon mal gemacht habe und ich dann die Bienen überall hier waren, ich versucht habe das rein zu machen, die Zange eingestellt habe, habe dann vorsichtig gedrückt. Und da ich ja dann auch noch ein bisschen auf die Bienen aufpassen wollte, bin ich dann tatsächlich abgerutscht und habe mir tatsächlich mit der Zange den Daumen eingequetscht. Und da tut doch ein bisschen weh. Von daher funktioniert es genauso. Man kann sie ganz normal nehmen, hält die dran, nimmt die Zange, drückt die rein und fertig. Also ist jetzt kein Aufwand. Ich nehme tatsächlich lieber den Hammer. Schau, guck, dass ich mir oben einen Platz aussuche. Dann kommen die einmal rein, einmal oben, einmal ganz unten. So, das gleich auf der anderen Seite auch. Hier unten auch nochmal. So, das war es schon. Und wenn man jetzt immer mehrere Rähmchen aneinander hat, dann hat man den Pilzkopf immer als Abstandshalter. Ich habe die oben schön an der Stelle, wo ich auch mit dem Daumen die Rähmchen immer schiebe. Damit ich direkt einen Kraftfluss habe für alle Rähmchen. Und ja, bis jetzt bin ich gut damit gefahren. Vielleicht ändere ich da irgendwann nochmal was dran. Aber erstmal lasse ich jetzt. Ich habe tatsächlich schon gelesen und auch in manchen Videos gesehen, dass es reicht, wenn man nur auf einer Seite hat. Weil man ja im Begutraum die Rähmchen nicht drehen würde. Tja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Ich probiere das jetzt erstmal so aus. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ihr seht das ja bei meinen Videos hinterher. Wenn ich mir Videos drehe vom Bienenvolk, wenn wir die Durchsichten zusammen machen. Dann seht ihr einmal die Version noch, wo ich unten die Abstandshalter noch mit eingeschlagen habe. Und halt viele neue Rähmchen, bei denen ich das nicht habe. Ja, ich hoffe, ich habe das wichtigste gezeigt, das nötigste. Wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Alles keine Zauberei. Die Bienen, die machen schon den Rest. Also wenn man an einer Seite nicht ist oder zu viel ist. Ach, hier sehe ich. Guck mal hier. Zum Beispiel hat der Draht das nicht gemacht. Dann ist den Bienen total egal. Die bauen da drum rum. Und fertig. Also ich habe noch nicht gesehen, dass die Bienen da nichts machen. Selbst wenn irgendwo was kaputt ist. Also ich habe es ja schon, dass ich aus Rähmchen was rausgeschnitten habe. Dass ich Weißelzellen rausgeschnitten habe. Und die Bienen bauen das einfach wieder zu und gut ist. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.